Musik Musik Alle Leute von der Rostrick Base Alle Leute von der Rostrick Base Alle Leute von der Rostrick Base K-Check, Sie haben den Blockbereich hinter sich und dürfen jetzt näher bei Val sein Musik Hier wird dir ja richtig was geboten, nein, das ist der Hammer, ey Holen Sie Dr. Dreist, schnell, schnell, Sie kommen denn wir warten hier und versuchen Sie aufzuhalten Mach mal hart, Alter, was ist denn hier los, ey Können Sie nach, der Scheiße hier, Mann Boah Das Spiel ist echt knaller Echt knaller, ey Puh Das brauchen wir zum Glück jetzt nicht Wir brauchen eigentlich eine geile Weste oder sowas So Da, das ist, ne, können wir auch nicht Da, yes Das haben wir gebraucht So Gut Hier ist jetzt nichts mehr Ein bisschen Weste haben wir Ach gut, das wird diese Knarre, die Knarre, das haben wir So, was haben wir denn hier Okay, wir sind noch Verwenden, um die Schlüsselkarte einzustecken Ja, wo soll ich die denn rausholen, du Okay Vielleicht, ah man, diese Maus, hallo, die ist sehr empfindlich darum Da ist er, ich weiß, wo du bist Nimm das Oha, was ist denn hier los Was Du bist so gut wie hinüber Dich mach ich fertig Dich mach ich fertig Oha Oha Da ist echt mal Alles drinnen Junge, Junge, Junge Oha Da hinten hast du so ein fieses, fettes Ding, ey So, konnten wir nix einsammeln, da wollte nix haben Oha, so ein Dreck So 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 Auch geil Aber was hier alles rum nicht, ey Ich steppe an, ey Geil, oh mate, ey So, was ist jetzt hier Da ist jetzt nix, gut Da schwarzen sie sich hin, wo sie nicht weiterkommen Hehehe Aber geil Ich bin mit dem Ding wander gegangen, wie Arnie, ey So Da ist auch nix, dann gehen wir jetzt einfach mal hier lang Obwohl wir uns wieder entfernen von dem Teil Wir haben ja immer noch keine Schlüsselkarte Das ist auch mal doof Mein Handgelenk ist am Siffen, ey Ja Hm Ich komme ja auch so nicht durch Auch seitwärts nicht Hm Einartig Wisst ihr, wie es weitergeht? Hm Äh Keine Ahnung Schießen Vielleicht kann man da noch irgendwie was anziehen und abschießen Ich weiß es nicht Kein Plan, ey Das ist mir wohl mal wieder zurück, ey Ähm Ähm Ja Ich wüsste jetzt nicht, wie man hier rauskommt Eine Schlüsselkarte haben wir nicht gefunden Keine Ahnung, wo die versteckt sein soll Oh definitiv eine Schlüsselkarte Blöding Äh Äh Drücke Ja Scheiße Ähm Oh Was ist los? Boah Warum lag das gerade bei mir? Das ist ja grausam So Merkwürdig, merkwürdig, warum hier gerade irgendwie tote Hose ist Warum? Hm Du hast auch mal nicht ne Schlüsselkarte für mich, es geht aber nicht wahr sein Der Kind der Günther Na nu Äh Okay Das versuchen wir doch mal Äh Ne So Spring Äh Da Zack Da wird ein Großteil der Experimente aufbewahrt Ich hoffe für Sie, dass da alles in Ordnung ist Nicht alle diese Experimente waren gut gesichert Oh ist das dunkel Äh Oh Hier hätten wir uns auch reinschleichen können Ja Da ist natürlich Feierabend Wir sind jetzt schon wieder hier Ach Ist das ein Müll Ist das ein Müll Äh Wo ist denn jetzt diese beschissene Schlüsselkarte, ey? Leute, ich schweiß nicht weiter Verdammte Wichse Äh Was gibt es doch nicht, ey? Hier ist doch irgendein Vollheiz, äh, der das doch irgendwo wieder nicht gecheckt hat, äh, hier die Schlüsselkarte Einzuräumen Äh, hier ist natürlich zu Das kann man auch nicht gebrauchen Da liegt nichts hinter Äh, ich geh kochen, ey Ja Jo Ich fühle sie mir doch ihre Ordnung Mann Ist doch zum Kotzen, ey Schlüsselkarte, Schlüsselkarte Soll ich mir die aus dem Hintern ziehen, oder was? Moment Was ist das denn, was da ist? Hab ich da gerade was gesehen? Ach, scheiße Ich dachte da kennt man Da hinter dieser Wand da Äh, 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 äh Wir kommen nicht hin, da Verdammte Woll Scheiße, hier ist doch nix. Kacke. Die Kacke, ey. Kannst du sagen, wie ich da hochkommen soll? Wenn die da hoch runterkommen, kann man doch da vielleicht hoch, oder nicht? Mist. Das ist das, wo wir gerade rumgeehrt sind. Ich komme da nicht hoch. Verdammt. Mist. Ja, ich gehe wieder auf diese Spur drauf zu, aber... Da bin ich rein, da hinten geht es nicht weiter, da ist eine Zugetür. Ja, Freunde. Also, ich war echt, wenn ich echt blind bin, bin ich blöd, oder was? Da liegt die Speicherkarte, lag genau hier, ganz doof in der Ecke. Die lag aber so... Wir sind Freunde. Ihr habt gesehen, wir sind hier so dran vorbeigelaufen. Und er hat sie nicht aufgenommen. Ist doch mal wieder scheiße. Na, jetzt haben wir diese scheiß Speicherkarte gefunden. Boah. Na ja, nach 30 Jahren Suchen haben wir sie endlich gefunden. Jetzt können wir noch... Oh Mann, ey, bin ich froh. Wer ist das? Äh... Ich kriege überall Gänsehaut gerade. Das ist echt mal... Kannst du mal ein bisschen schneller nachladen? Ich hab ja den ganzen Tag Zeit. Da willst du mich doch wohl verarschen, oder was? Nachladen, du Arschloch! Wo bist du für ein Pisser, ey? Äh... Oh Mann, jetzt ist es aber gut, du Nussi. Boah. Alter. Das nervt mal. Nein. Nachladen, schneller, Mann. Boah. Los, 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 los. Los, Nachladen, Mensch. Boah. Boah, schlimm, Alter. Das dauert es immer so ewig, Alter, mit dem Scheiß Nachladen. Boah. 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 Wenn man wartet, dann kommen die auch einem zu ein. Ich weiß, wo du bist. Was ist die Hölle? So, wenn man nervt das aber auch, wie es da geht, so war das hier aber auch. Ratzefatz, ey. Das ist eine billige, was hast du hier? Ach, Handfeuerwaffe. Angestellte kriegen ja nichts gescheites. So. Oder nicht überall verstecke hier. So. Hier ist die Tür, gehen wir mal durch. Okay. Dann nicht. So. 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 Ich weiß nicht, hier geht es irgendwie nicht weiter. Dann gehen wir mal wieder rauf. Gehen wir mal wieder rauf. Die Tür ist hier. Haben wir noch Licht an? Ach so. Gut. Alles klar. Äh. Ne. Ich guck mich noch mal um. Ich hab vergessen, das nicht da zu machen. Ich will ja nichts mehr sehen. Den Scheiß mit der Karte hat ja vorhin schon gereicht. 50.000 mal dran vorbeigelaufen, ey. Ne. Kriegst du mal pipanell, ey. So. Gut. Da war der. Eiermaßen flockig geschlagen, denk ich mir mal. Ihr seid doch wahrscheinlich auch damit zufrieden gewesen jetzt. So. Was haben wir jetzt hier? Hier geht es irgendwo rein, oder was? Boah. Was ist denn da? Da. Seht an ihm dran. Geht auf, Alter. Boah. Kacke, Mann. Oh. Oh. ist denn hier gelandet es gab aber am fest hier verbeultetür wahrscheinlich die von gerade wofür haben wir das denn hier gemacht ist totaler schwachsinn ja genau jetzt hier rein gute gehen wir hier nicht da rein gehen wir jetzt hier ja 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 die haben den kopf geschießen aber du gehst auf mich los so positionieren erstmal meine maus wieder weiter nach vorne so ich bin nämlich schon auswärts gewandert hier wird schon viel gekillt ja willst du nicht aufnehmen auch nicht verdammt das gibt es nicht leute wie es weitergeht sehen wir im nächsten let's play